meine lieben studierenden heute werden wir uns im seminar barrierefreie kommunikation mit den themen der inklusion der barrierefreiheit und der partizipation beschäftigen drei zentralen grundbegriffen die sehr nah aneinander liegen eines vorweg als technisch organisatorisches detail alle materialien für das seminar finden sie als digital barrierefreie powerpoint präsentation entweder hier in der beschreibung unter diesem video oder im blog eintrag zum seminar oder in der matrix unternehmen als pdf zur voransicht also schnell ansicht allerdings aus barrierefreiheitsgründen hinterlege ich die vollständige powerpoint präsentation und gleichzeitig verbinde ich damit einen anspruch der sich im kontext der sogenannten open education resources verstehen lässt aber sie werden die vorteile des ganzen mit sicherheit zu schätzen wissen wenn sie denn die ersten notizen zum beispiel auf der powerpoint direkt in die präsentation integrieren können und nicht separat ein pdf annotieren müssen vielleicht ganz kurz heute worum es in diesem seminar gehen soll neben den organisatorischen details ich will die hier noch mal ganz kurz zusammenfassen denn die spielten im letzten seminar nicht so die entscheidende rolle also ich arbeite hier mit einem barrierefreien dokument einer pptx und diese barrierefreie dokument lege ich als auf unserem blog ab und die adresse selbst ist verlinkt auf dem auf der präsentation daneben ist es mir wichtig dass ich in diesem dokument selbst auf tabellen so gut es geht verzichte alle grafiken aus kommentiere die links sind alle nur noch sprechend und es gibt zwei ausnahmen nämlich die angabe der website im fuß des dokuments genauso wie mein twitter account den ich tatsächlich nicht mit link hinterlege sondern hier als text weitere informationen zum seminar selbst sprechstunde donnerstags 13 bis 14 uhr wir wer bei wie schon im letzten in der letzten veranstaltung sichtbar worden sein sollte ist matrix unsere zentrale kommunikationsplattform das gesamte material wie gesagt unter die in der beschreibung unter diesem video auf dem youtube kanal oder auf unserem blog der thematische input der immer in einzelvideos gegeben wird ist hinterlegt in einer playlist bei youtube und für das seminar darf ich sie bitten jederzeit anonymes feedback zu hinterlassen einzusehen und uns bei interesse oder fragen jederzeit zu kontaktieren zum thema heute inklusion barrierefreiheit und partizipation das sind die drei schlüsselbegriffe mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben im seminar und ich würde sehr gern ihnen jetzt diese begriffe nach und nach entwickeln um dann tatsächlich mit ihnen ins gespräch darüber zu kommen wie wir die von ihnen schon gestalteten themen oder schon artikulierten themen für das seminar in diesem sommersemester umsetzen wollen kommen wir zunächst zum begriff der inklusion das was ich ihnen hier in einem größeren textblock präsentiere ist die bestimmung des inklusions begriff des aktions netzwerks mensch also aktion mensch was ist inklusion die quelle finden sie verlinkt unter diesem fließtext und ich lese das sehr schnell vor da jemand mit einer sehbeeinträchtigung nichts von diesem textblock hat inklusion bedeutet dass jeder mensch ganz natürlich dazu gehört egal wie du aussiehst welche sprache du sprichst oder ob du eine behinderung hast jeder kann mitmachen zum beispiel kinder mit und ohne behinderung lernen gemeinsam oder lernen zusammen in der schule wenn jeder mensch überall dabei sein kann am arbeitsplatz beim wohnen oder in der freizeit das ist inklusion wenn alle menschen dabei sein können ist es normal verschieden zu sein und alle haben etwas davon wenn es zum beispiel weniger treppen gibt können menschen mit kinderwagen ältere menschen und menschen mit behinderung viel besser dabei sein in einer inklusiven welt sind alle menschen offen für andere ideen wenn du etwas nicht kennst ist es nicht besser oder schlechter es ist normal jeder mensch soll so akzeptiert werden wer er wie er oder sie ist jeder mensch hat das recht darauf dabei zu sein in der unbehindertenrechtskonvention also united nations vereinte nation ist das recht auf inklusion festgeschrieben die unbehindertenrechtskonvention ist ein vertrag den viele länder unterschrieben haben auch deutschland doch deutschland und die anderen länder müssen noch viel dafür tun damit der vertrag eingehalten wird das ist tatsächlich so das ist die bestimmung des begriffs inklusion der aktion mensch wie sie schon bei der formulierung gemerkt haben dürfen während ich diesen text vorgetragen habe ist hier darauf geachtet worden dass man diesen text so es eben geht in einer verständlichen art und weise kommuniziert und sich dabei auch an die grundsätze der leichten sprache versucht zu halten es gelingt nicht immer ich würde aber ganz gern das thema leichte sprache für heute noch einmal zurückstellen denn damit werden wir uns dann im input in der nächsten woche beschäftigen also worum geht es um eine inklusion aller egal welche voraussetzungen sie mitbringen und dafür wählt aktion mensch diese mittlerweile sehr 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 bekannte grafik die überall im kontext der diskussion des begriffs inklusion verwendet wird indem sie die begriffe exklusion integration und inklusion nebeneinander stellt und sie sehen schon worauf der begriff der inklusion zielt auf das dass wir diversität als gemeinschaft als gesellschaft ernst nehmen und uns auf die erfordernisse der inklusion also dieser diversität gesellschaftlichen diversität einrichten das geht etwas weiter als das was man bisher als integration bezeichnete nämlich dass man sagt ja bitte kommt doch zu uns lebt bei uns arbeiten und zusammen wichtig wäre nur halt dass ihr euch an die mehrheitsgesellschaft anpasst und die inklusive gesellschaft wiederum versucht aus den potenzialen von diversität gewinn zu ziehen und sich als eine diverse gesellschaft zu definieren also das ist noch einmal einen schritt weiter kommen wir zum zweiten begriff der schon in der inklusions definition von aktion mensch eine zentrale rolle spielte nämlich die barrierefreiheit inklusion so aktion mensch funktioniert nicht ohne barrierefreiheit die meisten menschen verstehen unter barrierefreiheit rampen statt treppen breite türen und absenkbarer busse in klammern das würden wir als technische barrierefreiheit bezeichnen steht nicht so im originalzitat doch baulich veränderungen und speziell ausgerüstete fahrzeuge reichen nicht aus um den alltag barrierefrei zu gestalten barrierefreiheit heißt dass gebäude und öffentliche plätze arbeitsstätten und wohnungen verkehrsmittel und gebrauchsgegenstände dienstleistungen und freizeitangebote so gestaltet werden dass sie für alle ohne fremde hilfe zugänglich sind und das ist der entscheidende punkt für alle zugänglich ohne fremde hilfe konkret bedeutet barrierefreiheit also dass nicht nur stufen sondern auch ein aufzug oder eine rampe ins rathaus führen dass formulare nicht in komplizierter amtssprache sondern auch in leichter sprache vorhanden sind klammer auf steht dort in diesem dokument nicht explizit wir reden hier von sprachlicher barrierefreiheit und dass auch gehörlose menschen einen vortrag folgen einem vor einem vortrag folgen können zum beispiel mit hilfe eines gebärdensprach dolmetschers die gebärdensprache war einer der zentralen punkte den sie herausgestellt haben für ihr interesse am seminar und ich bin gespannt wie wir das einlösen können die voraussetzungen sind aber sehr gut ich behelfe mir jetzt hier im moment dabei oder dadurch dass das was ich spreche sage in einem in einer live transkription automatisch gemeinsam mit dem video aufgezeichnet wird auch das ist eine möglichkeit um gehörlosen menschen oder menschen mit hörbeeinträchtigungen den die teilnahme und die teilhabe an einem vortrag zu gewähren allerdings wenn sie menschen mit sehbeeinträchtigung und hörbeeinträchtigung haben dann greift es freilich nicht mehr außerdem muss bei der definition auch die digitale barrierefreiheit mit gedacht werden das bedeutet internetzeiten müssen so gestaltet sein dass jeder sie nutzen kann dazu gehört zum beispiel das hinterlegen von bildbeschreibungen für blinde menschen und die möglichkeit videos in barrierefreien formaten abzuspielen das was ich hier gerade tue dient im wesentlichen der barrierefreiheit der digitalen barrierefreiheit das heißt das bereitstellen von dokumenten die als lehrmaterial und lernmaterial erstens offen sind das heißt ich senke damit die barriere der zugänglichkeiten ab und das zweite ist dass in der powerpoint die ich jetzt hier gerade verwende jede grafik beschrieben ist es ist eine leserichtung definiert und alle links die ich hier verwende sind sprechend also das heißt sie sehen hier keine urls die blind auf die folie gesetzt werden das heißt barrierefreiheit das heißt die absenkung aller barrieren um den gemeinsamen schritt den gemeinsamen austausch hin in eine inklusive gesellschaft leisten zu können und sie umschließt technische barrierefreiheit sprachliche barrierefreiheit und digitale barrierefreiheit um diese drei zentralen begriffe hier noch einmal zu nennen kommen wir zum begriff der partizipation das ist der dritte begriff für heute in dieser sehr kurzen ein und hinführung partizipation heißt teilhabe und nicht anspruch auf assistenz das ist ein leitspruch den ich ganz am anfang im kontext des begriffs der inklusion schon herausgehoben habe es geht nicht darum dass sie jemandem hilfe anbieten damit er sich in seinem alltag im normalen leben im sogenannten normalen leben zurecht findet sondern es geht darum dass wir anerkennen dass es menschen gibt die andere formen der unterstützung brauchen um sich selbst im alltag bewegen zu können und selbst am alltag an politischen entscheidungsprozessen an ökonomischen entscheidungen teilhaben zu können berühmt ist in diesem kontext die sogenannte das stufenprinzip der partizipation der right hier in einer darstellung bei ungert 2014 wenn ich literatur auf diese art und weise mit einem sprechenden link hinterlege verweist dieser link auf die gemeinsame sotero seminar bibliothek die ebenfalls frei zugänglich für sie im netz steht gehen wir einfach mal unten durch von unten die stufen nach oben um die grafik kurz zu erklären es geht hier um verschiedene stufen der teilhabe bis hin zur partizipation und wir fangen mal ganz unten in dieser stufen in dieser stufe in der abaden diese treppe an mit der ersten stufe hier geht es um instrumentalisierung und anweisung das heißt instruktion bitte tu dies bitte tu jenes und hier gehen wir von einer nicht partizipation aus die nächste stufe wären wären vorstufen der partizipation nämlich information anhörung und einbeziehung in bestimmte entscheidungsprozesse wenn heute texte zum beispiel in leichter sprache entstehen und an der entstehung dieser texte niemand aus der primären zielgruppe teil hatte sind diese texte tatsächlich bleiben diese texte auf einer vorstufe der partizipation stehen partizipation beginnt an dem punkt wo wir über mitbestimmung reden das heißt sobald eine zielgruppe bestimmte inhalte mit gestaltet indem sie sie mit bestimmt da erst an diesem punkt setzt partizipation ein wenn wir also als universität inklusive lehre fördern wollen oder prinzipien der inklusiven lehre der inklusion in der akademischen lehre platzieren wollen ich komme gleich noch zu sprechen auf die rolle der inklusion der lehrerinnen bildung dann reden wir auch immer zugleich über prozesse der mitbestimmung das wird allerdings jetzt in einem weiteren digitalen semester pandemie bedingt wenig schwieriger wir versuchen das allerdings und eine möglichkeit haben wir über eine gebärderin schauen wir ob uns das gelingt das nächste ist dass wir in eine stufenweise von unterschiedliche gerade von teil von entscheidungskompetenzen hineinreichen sie sehen dass teilweise entscheidungskompetenz und entscheidungsmacht das sind schon sehr hohe stufen der partizipation das heißt dass man nicht nur gemeinsam beiträgt sondern gemeinsam auch oder sagen man so auch entscheidungen allein fällen darf und der höchste grad der über die partizipation hinausgeht ist die selbstorganisation der man gänzlich autark agiert sehen aber diese letzten stufen 6 7 und 8 das sind die auf die wir zielen müssen wenn es um inklusion und inklusive lehre und inklusive gesellschaft geht daneben ab ich ihnen abgebildet die ziele des sogenannten aktionsplans 2 0 in dem es darum geht wie man zu einer inklusiven barrierefreien gesellschaft hinkommt die im wesentlichen über teilhabe sich definiert und sie sehen deswegen habe ich ihnen ausgesucht ja also das heißt dass man über partizipation und selbstbestimmung in der mitte der grafik die zentralen punkte anspricht die auch in dem stufenprinzip nach right bei ohr gesetzt sind und es zum einen für die gesellschaft darum geht ein bewusstsein zu entwickeln das heißt dass ich zum beispiel jetzt weiß dass ich mit spezifischen darbietungsformen hier ohne zum beispiel mit den inhalt dieser präsentation kurzen präsentation zu gebärden bestimmte menschengruppen unserer gesellschaft nicht erreicht das heißt eine auch eine digitale barrierefreiheit hat im moment noch grenzen sie werden mir sicherlich auch zustimmen dass der dass die audiotranskription die sie gerade sehen nicht der weisheit letzter schluss ist da sie tatsächlich fehler produziert und man bestenfalls dem gesagten folgen kann aber von einer systematischen darstellung und live untertitelung sind wir hier noch weit entfernt zumal in der version die ich jetzt benutze keine satzzeichen automatisch erzeugt werden oder andersrum gewendet ich hatte das thema letzte woche in der videokonferenz und die einzige videokonferenz software die nennenswert und auf dem guten integrationsniveau eine live untertitelung einbettet ist google hangouts meet das ist die einzige sonst beherrscht noch keine andere videokonferenz software am markt eben diese technik das heißt es wird sich neben man wird neben der frage wie man barrierefrei kommuniziert auch immer die frage zu beantworten haben was sind wir bereit dafür zu investieren auszugeben wie können wir unsere eigenen tools weiterentwickeln und glauben sie mir big blue button und shit sie sind eben alles andere als barrierefrei digital barrierefrei oder opal oder opal excel ja also das heißt hier müssen wir über ganz andere form des gemeinschaftlichen lehren und lernens nachdenken sie sehen schon das oberziel des ganzen das ist ein bisschen eigenartig klassifiziert also instrumental ziel ziel und ober ziel ist inklusion und teilhabe das heißt das sind wieder die zwei zentralen begriffe neben der barrierefreiheit die irgendwie hier mit gemeint wird und als ziel definiert wird als unterziel von inklusion und teilhabe dass man tatsächlich über dieses die herstellung von barrierefreiheit zu einer inklusion inklusiven gesellschaft kommt in der teilhabe das oberste prinzip ist deshalb habe ich ihnen diese beiden abbildungen hier integriert die tatsächlich sehr gut geeignet sind um diese zusammenhänge zur erläutern ja kommen wir aber mal von diesen drei grundbegriffen nämlich inklusion partizipation und barrierefreiheit hin zu der frage was das für unsere akademische lehre bedeutet hier ein paar prämissen die man dazu formulieren kann das in diskussionsangebote anregungen die noch zu erweitern sind und die sich auch mit der frage beschäftigen welche rolle unsere universität in gesellschaft spielen will zunächst inklusive lehre setzt ein bekenntnis zur öffnung akademischer lehre in gesellschaftliche debatten kulturen und zumutungen voraus wenn wir uns dazu bekennen dass wir mit anderen gemeinsam gegenstände arbeiten die nicht zwingend aus dem akademischen umfeld kommen müssen dann ist es so dass wir uns in ein feld bewegen in dem die akademische kommunitas sich lange nicht bewegt hat die öffnung hin zur gesellschaft hat aber die bietet die möglichkeit dass wir an der schnittstelle zur öffentlichkeit einen wesentlich gestaltungs beitrag leisten können dieser beitrag muss nicht aufgenommen und nicht weiter diskutiert werden sie sehen welche welchen zumutigen sich im moment die epidemiologen und virologen dieses landes aussetzen ja also sie leisten offensichtlich einen beitrag einen kommunikativen und einen beitrag der forschung aber sie werden von breiten teilen der entscheidungsträgerinnen schlicht nicht gehört allerdings muss man sich darauf einlassen das heißt man muss sollte darauf sein sollte bereit sein sich darauf einzulassen und das ist die zumutung die mit einer öffnung in gesellschaft verbunden ist aber durch eine öffnung können wir unsere perspektiven durch die gesellschaftlichen perspektiven ergänzen und somit einen wesentlichen beitrag leisten zur gesellschaftlichen entwicklung das müssen wir auch wollen also das heißt das muss eine akademische community als erklären dass sie dazu bereit ist das zweite was häufig im zusammenhang von inklusion zu beobachten ist dass man versucht inklusive prozesse zu normieren also es gibt es gibt regelwerke oder es gibt insgesamt vorstellungen davon wie man in welchen abständen man stufen und so weiter setzen muss damit jemand mit einer körperlichen beeinträchtigung der gut zurecht kommt wie rampen auszusehen haben und so weiter und so fort und diese normierungswünsche administrativer art stehen inklusion entgegen warum also sie helfen in letzter konsequenz stehen sie inklusion aber entgegen inklusion und das lese ich jetzt deshalb vor ist eine einladung dazu etabliertes und staches in gesellschaftlichen formationen und dessen konsequenzen für je unterschiedliche lebensenthalte aufzubrechen indem kreative kreative ideen gemeinsam gestaltet werden der prozesscharakter der auch dem begriff der inklusion inne wohnt ist immer wieder gegen verteidigung verfestigung tendenzen relevant zu setzen auf dauer sind also nicht inhalte sondern strukturen zu stellen die freie und ergebnisse offene gestaltungsspielräume schaffen also mit anderen worten wir brauchen freiheit freiheit um zu denken freiheit um zu gestalten wir brauchen zeit und deswegen lassen sich daran forderungen knüpfen wie sie wissen wird im moment überlegt in der reform der labo 1 inklusion als einen festen bestandteil in der lehrerinnenbildung zu verankern bin ich prinzipiell dafür allerdings ist inklusion wie sich vielleicht es jetzt bisher schon angedeutet haben sollten nicht nebenbei zu bekommen gleiches gilt für digital gestützte lehre auch das ist nicht ohne weiteres nebenbei neben allen anderen aufgaben die wir haben nebenbei zu leisten wie ich zuverlässig hoffe werden entscheiderinnen das irgendwann verstehen möglicherweise ist es nämlich so dass wir ressourcen brauchen um uns gestaltungsspielräume zu eröffnen vielleicht ganz kurz zur prämisse inklusion ist in der lehrerinnenbildung ohne deutlich erwartete ressourcen nicht inklusiv verankerbar was bedeutet das inklusives das heißt auch zugleich partizipatives ja lernen und lehren zum beispiel in service learning kontexten in denen interprofessionell zum beispiel menschen mit kognitiver beeinträchtigung studierende an einem dritten ort gemeinsam neue inhalte schaffen kann mit den verfügbaren ressourcen nicht in der lehrerbildung lehrerinnenbildung realisiert werden zeitliche personelle und finanzielle ressourcen müssen beträchtlich aufwachsen um interdisziplinäre und interprofessionelle bildung zu gewährleisten nur so kann das ziel nämlich einen essentiellen beitrag zu einer inklusiven gesellschaft zu leisten was die technische universität dresden will erreicht werden um gestaltungsoptionen zu haben darf nur ein kleiner teil dieser ressourcen und das ist das entscheidende curricular gebunden sein mit anderen worten wir können dritte räume und dritte orte als gestaltungsräume nur dann bespielen wenn wir die möglichkeit dazu haben nicht an zu knappe ressourcen gebunden zu sein das heißt wenn wir über inklusion nachdenken über die etablierung inklusiver lehre gilt genauso auch für digital gestützte lehre brauchen wir freiräume und spielräume um uns zu erproben und um noch einmal das beispiel von google hangouts meet anzuführen wenn google hangouts meet die einzige videokonferenz plattform ist in der ich eine live untertitelung verwenden kann dann muss ich darüber nachdenken ob ich sie in einem experimentierraum in einem gestaltungsspielraum einsetzen darf und mich nicht zum beispiel gegen datenschutzrechtliche bedenken permanent durchsetzen muss das ist ein ganz kleines beispiel dafür wie da unterschiedliche ansprüche aufeinander prallen und schlussendlich das was immer verliert in diesem kontext ist es schwächste nämlich in dem fall die inklusion denn schlussendlich und darauf kommt es mir an mit diesem kurzen ausblick auf diesen slide the basic elements of creativity von kirby ferguson hier geht es darum drei zentrale operationen zu benennen die mit denen man kreativität umschreiben kann nämlich copy transform und combine also das heißt dass man elemente kopiert sie transformiert und dann neu zusammenstellt das ganze spielt natürlich auch eine rolle in der sagen wir mal so in der diskussion um eine kultur der digitalität allerdings ist das hier für den bereich der inklusiven lehre im kontext der akademischen lehre zentral denn das was hier entsteht ist nicht die reproduktion des immer schon gewusst als einer klassischen scholastik sondern die einladung dazu an der schnittstelle zur öffentlichkeit gemeinsam auf augenhöhe partizipativ in service learning kontexten neue inhalte gemeinsam zu erarbeiten das ist der anspruch inklusiver lehre gut das alles soll für heute gewesen sein mit diesem aufschlag in die zu den drei grundbegriffen inklusion barrierefreiheit ich hoffe dass sie dem ganzen folgen konnten freue mich jetzt auf die diskussion mit ihnen und bin gespannt wie wir ihre themen die sie für das seminar aufgebaut haben oder für die sie sich interessieren jetzt gemeinsam ausgestalten können unter der folie dieser drei grundbegriffe beim nächsten mal für diejenigen die jetzt nicht in der diskussion dabei sind wird es um die schwere leichte sprache gehen und ich hoffe dass sie dann dabei sind entweder jetzt hier live im seminar kontext oder dann wenigstens asynchron mit dem video input bis dahin bin ich ganz herzlich hier alexander lasch und danke ihnen für interesse hoffentlich auf ganz bald ihr Untertitelung des ZDF, 2020